Hallöchen! Nach dem Tod unseres Vaters... ...mehr oder weniger dem Tod unseres Vaters... ...geht es nun weiter mit Pharah, ...die da vorne schon auf uns wartet. Ich hab mich ehrlich gesagt grad gewundert, ... warum ich jetzt hier draußen starte, ... nicht meine großen Halle. Aber dann war einfach die Instanz schon fertig. Also nicht wundern, ihr habt nichts verpasst. Es geht direkt so weiter in dem Spiel. Ich decke euch! Besser nicht, nachher trefft ihr mich noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie mich treffen wird. Aber vielleicht treffe ich sie auch mal ganz zufällig mit meinem Schwert. Und das mache ich jetzt nicht so, wie es einige denken mögen. So, wir haben schon mal Wasser hier, das ist schon mal gut. Nach diesem... ...nicht nenn ich das Wasser... ...epischen Fail in der letzten Folge... ...gegen... ...gegen den eigenen Vater, gegen den Landkönig. Aber... ...gut. Ich denke mal, die nächsten Endgegner... ...ich weiß gar nicht mehr, was da alles kommen sollte. Wird das nicht so ein Problem werden. Aber wir werden sehen, lass uns überraschen. Ich finde, das ist ja auch immer das Schöne daran. So ein Spiel, das man vielleicht ewig lange nicht mehr gezockt hat. Man kennt es zwar, aber... ...man weiß trotzdem nicht, was einen jetzt hinter jeder Ecke erwartet. Und das finde ich... ...macht es doch gleich umso schöner ein Spiel denn nochmal zu spielen. Und ich finde, da kann man auch erkennen, dass... ...ab wann so ein Spiel denn doch vielleicht... ...ja, wie soll's nennen... ...gute Qualität hat, sag ich jetzt mal. Wenn ich selbst so ein älteres Spiel nach... ...x Jahren wieder Bock habe zu... ...zu zocken oder zu vielleicht playen sogar... ...und davon noch alle drei Teile... ...dann finde ich, hat so ein Game... ...schon ordentlichen Respekt verdient. Und es ist ja etwas, was... ...viele heutige Spiele, meiner Meinung nach zumindest... ...nicht unbedingt schaffen. Also sie können zwar auch schön storymäßig alles cool sein... ...schicke Grafik hast du nicht gesehen... ...aber irgendwo fehlt dann vielleicht doch die Lust, sich denn nochmal zu spielen. Klar, es gibt viele Spiele, die ich dann auch schon mehrmals gespielt habe, aber... ...ich finde, die neuen Spieler können sich auf jeden Fall mit den Älteren noch messen. Grafitechnik nicht, aber... Und nun? Storymäßig auf jeden Fall. So. Und nun fragt Farah, wo rennen wir wieder in den Sandstrahl... ...und schauen, was uns die nächste Vision erwartet. Oh ja, oh ja, ich freue mich, ich freue mich. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen konnte. Und in der letzten Sequenz hat man gesehen, was ich schon... Beim nächsten Mal fangen wir hier. Ich weiß nicht, Folge 2 war das vielleicht, oder Folge 3? Ich weiß es nicht mehr. Dass man die Zeit praktisch anhält und sich mit Supergeschwindigkeit bewegt und die Gegner dann nieder... ...metzelt, oder zerfnetzelt, wie man es auch nennen möchte. Und da freue ich mich echt schon drauf. Zu lange! Was, wenn die Sandbestien wiedergekommen wären? Ich glaube, ich verbrauche doch all meine Zeitluken-Sandbehälter. Vorsicht! Diese Halbmonde links. Also es ist mir egal. Lieber nütze ich dann mal diese Special-Fähigkeit, als die Gegner dann wirklich einzeln zu verlangsamen. Wir schauen mal. Der Ritter ist auf der anderen Seite. Seid ihr in Ordnung? Nein, ich freue mich hier! Ich freue mich hier! Ich freue mich hier! Muss ich jetzt lang, rüber. Ich finde, dieses an der Wand laufen ist ja so ein Move, der mir teilt ein bisschen bei Assassin's Creed fehlt. Und ich habe das Leben gerettet. Ich hätte mich dort sterben. Ich verstehe. Ich verstehe. Warum? Jetzt kommen wieder ein paar Gegner. Gut. Ich störe mich selbst im Tod. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Pharah nervt mich so sehr. Nein, natürlich nicht. Okay. Ich weiß jetzt bloß nicht. Gut, das wollte ich eigentlich nicht. Äh, ich weiß jetzt bloß nicht, wie man diese Fähigkeit einsetzen kann. Natürlich nicht, wenn ich die Gegendgänger einzeln so im Zeitpunkt versetze. Ich muss mal gucken, ob es da nicht noch irgendwie eine Anleitung zu geben gibt. Aber ich glaube, die konnte ich damals schon immer nicht auf der PS2. Oder ich wusste zumindest nicht, wie die funktionieren sollte. Das wäre auch möglich. Aber ich teste das gleich mal, nachdem ich hier meine Sandbehälter wieder gefüllt habe. Aber ich teste das gleich mal, nachdem ich hier meine Sandbehälter wieder gefüllt habe. Oh, Leute, da sind schon keine Gegner mehr da. Den Sand nehmen wir mit. Selbstverständlich. Okay, da sind da welche. Okay, gut. So ging ich schon mal nicht. Aber so ist mal mit länger gedrückt halten. Vielleicht macht der denn was. Vielleicht macht der denn was. Den noch schnell absuchen. Auch nicht, gut. Dann schaue ich doch schnell mal in der Hauptmenü nach. Aber ich glaube, hier gibt es gar keine... gar keine direkte Steuerung mal was sehen konnte. Ich glaube, das ist ja noch nicht so, dass wir eigentlich haben wollen. Das ist ja noch nicht so, was wir eigentlich haben wollen. Gut. Dann werde ich mal schauen. Vielleicht kommt der dazu noch was. Ich probiere mal noch ein bisschen rum. Das war auch nichts. Gut. Er steckt sein Schwert weg. Das bedeutet... Vorher ist keine Kämpfe mehr. Eigentlich. Zumindest. Theoretisch. Man weiß es nicht. Ob ich die Kiste gerade kaputt mache, weiß ich selber gerade nicht. Ich denke nach. Ich will wissen, wie das funktioniert. Jetzt, ich möchte speichern. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Also, dann werde ich auf jeden Fall mal in der nächsten Folge, oder bis zur nächsten Folge mal im Internet schauen, wie man das machen kann. Nicht, dass ich am Ende wieder festhänge, dass ich diese Fähigkeit nie benutze, wie damals schon. Das wäre, uh, leicht ärgerlich. Aber zunächst kommen wir uns an. Um den richtigen Weg. Wenn ich ihn denn finden sollte. Ah, okay, so was nicht. Wieso müsste es doch eigentlich... Gut. Wohl auch nicht eigentlich. Achso, ist egal. Wir müssen glaube ich... Rüber rennen? Kann ich rüber rennen? Die andere Seite... Ah, hier geht's dann. Ah. Perfekt. Wir schwingen es rüber. Wir schwingen es rüber. Und erklimmen diesen Turm. Hier irgendwo. Da drüben muss es ein Geheimweg sein, das sieht mir so gut. Okay, das war unfair. Dafür konnte ich nichts. Dann mach ich's halt mit Geduld. Und es funktioniert. Man hört das schon. Eine mystische Melodie. Ich war bestimmt schon mal hier. Wenn ich so wendet... Möglicherweise... ...weil ja nur... Ich will das. Ich werde das nichtIL... Vielleicht sind eure Eingelände... Mich alle hat doch noch nicht das... ...mach nicht... ...drucken. ...ja... ...sieh... Ich fühle mich stärker denn je. Ich bin hier unten! Da seid ihr ja. Und die wartet sich schon. Wir sollten uns nicht wieder trennen, gut? Es ist zu ruhig hier, schrecklich. Aber auch schön. Für euch vielleicht. Ja, wunderschön, wenn alle das Handmonster wohnen. Seht! Ach ja. Das Spiel würde enden, wenn Pharah jetzt irgendwie gestorben wäre. Ich hätte keine Möglichkeit, hier durch dieses Tor zu kommen. Wo sind wir hier? Wir müssen einen Weg nach unten finden. Okay. Ich erinnere mich teils an diese Szene. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, unten können uns ein paar heftige Kämpfe erwarten. Ich kann das nicht. Bleib dort! An den komme ich ran! Das rate ich dir auch. Ganz ehrlich, wer baut sowas alles? Ich warte dann hier, oder? Ja? Nein, trink doch noch so langen Kaffee. Hä? Okay. Ich dachte, ich schaff's noch. Gut. Kein Problem. Alles in Ordnung. Ich hörte seltsame Geräusche. Kein dauerhafter Schaden. Danke. Nicht runterfallen. Na gut. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich hier wieder voranspringen muss, dass ich nämlich gar nicht weit auf dieses Teil gearbeitet. Ja, aber gut. Wir haben ja unseren Schönen. Du hast ein weiterer Hebel in der Ecke dort. Kommt ihr da ran? Na, muss ja. Geschafft. Zieh am Hebel. Ihr seid ran. Aber ich muss sagen, ich mag diese... Na ja, Rätsel will ich es jetzt nicht nennen unbedingt, aber dieses... Okay. Wie komm ich jetzt hier runter mit dieser ganzen Mechanik? Ich... Das macht das Spiel aus, auf jeden Fall. Hier drüben! Zieht jetzt an eurem Hebel! An den komm ich ran! An den komm ich ran! Wissen. Nein, ihr habt einen Weg. Aber ich glaube, was sind die Sch.? Ich bin das. Ohne. Und die Schöne gehen, oder? Einig. oh ja neue gegner schauen was die können ich nehme an dass ich die nicht belocken kann ich das aber auch nicht versuch okay dann werde ich mal wieder versuchen in meinen spezialen ich weiß mich reiz ich will es jetzt wissen was ging hier auf jeden fall schon es war jetzt nicht so dass man es irgendwie noch lernen musste über den weg doch jetzt vielleicht erst benutzen durch halte spezial aktion rechts dann ist hier zeit zurückspulen für mega frost okay also rechts plus er und die zeit jetzt kann ich alle gegner jetzt noch gegner und durch jetzt dann ging es doch nicht weil wir noch nicht diese sandwelt aufgefüllt hatten oder so wird es doch erklärt ist es beruhigt mich jetzt sind doch nicht an meiner unfähigkeit des gamen jetzt schauen ob die noch mal so einen angst schaffen oder ob das der letzte war es war der letzte und da oben eine weitere vision ich frage es nur wie ich jetzt da hinkomme mit den kisten die wir ziehen können oder ausschieben ich finde das erinnert auch einen typisch von damals von so einem jump and run ein bisschen hier kisten hinterher schieben musstest teils wurde nur zum vorgegeben weg hast wieder ausschieben kannst sowas gibt es ja heute eigentlich nicht mehr ich wüsste zumindest kein spiel mehr was dieses element irgendwie noch mit verbindet okay das schaffe ich also nicht müsste hier irgendwo noch eine zweite kiste sein versteckt aber ich finde es trotzdem schade dass man in dem spiel zeit nicht beschleunigen kann kann es zwar langsamer machen aber beschleunigen nicht gut gut immer ich erinnere mich wir kommen ins beste jahr hin und erwarten uns somit neue feinde